Was geht up to date? Du bist hier genau richtig, denn heute sprechen wir darüber, warum es nicht heißen muss, dass die Frau nicht an ihr interessiert ist, wenn sie dich auf die Probe stellt. Und wenn du prinzipiell mehr an solchen Themen interessiert bist, dann abonnier genau jetzt den Kanal, denn ich bringe wöchentlich Videos zu solchen Themen raus. Ja und das Thema ist im Prinzip ein sehr wichtiges, denn zu viele Männer machen es immer noch falsch und interpretieren das auf die Probe stellen oder wenn die Frau dich herausfordert, wenn sie dir eine forsche Frage stellt, wenn sie dich testet. Ja man kann das nennen, wie man will, letztlich ist es immer das Gleiche und sind dann besorgt, okay warum kommt denn jetzt so eine Frage, ja warum bringt die andere Frauen ins Spiel, warum bringt die andere Männer ins Spiel und so weiter und du willst es gar nicht, du willst eigentlich nur, dass das Date ganz angenehm und normal weiterläuft. Aber diese Anzeichen, ja diese Tests, diese forschenden Fragen, die von den Frauen kommen, musst du dann als Interessenssignal auch werten, denn solche sind es. Der natürliche Fluss eines Dates ist, du versuchst Gas zu geben und Schritt für Schritt weiter zu kommen und die Frau versucht dich an gewissen Stellen zu bremsen, ja. Und es wird letztlich daraus hinauslaufen, wie schnell man vorankommt an dem Tempo, was du gehst, ob du auch unerschütterlich bist und auch, ob die Frau dich als einen attraktiven, hochwertigen Mann ansieht, um dann auch das Tempo mitzugehen. Gerade diese Tests kommen immer dann auf, wenn du Tempo machst und eventuell das Date auf, oder euer Kennenlernen auf eine neue Stufe heben willst, ja. Gerade wenn du zum Beispiel sie küssen willst und zum Kuss ansetzt und sie fragst, was du glaubst, du könntest mich jetzt schon küssen, ja, ganz typische Frage. Und dann ist eben entscheidend, wie man darauf reagiert. Und du kannst entweder gut darauf reagieren, männlicher, dein sozusagen, dein Wille und dein Weltbild beibehalten, weil du hast es für richtig empfunden, du hast es gerade gespürt, du willst sie küssen, dann stehe auch dazu. Mögliche Reaktionen. Ja, und schlechte Reaktionen wären dann, wenn du auf sie angehst, nein, ah, ist eh viel zu früh, du hast vollkommen recht, wir sollten auch damit warten, ja. Ja, also es gibt immer bei solchen Situationen nur die Möglichkeit, entweder die Spannung steigert sich weiter, ja, oder sie nimmt ab. Deswegen ist es umso wichtiger, in solchen Momenten dieses Interessenssignal auch zu erkennen und richtig darauf einzugehen, ja. Andere Möglichkeit, ihr geht spazieren und dann schlägst du eben vor, dass ihr zu dir nach Hause geht unter irgendeinem Vorwand oder nenn es Grund und dort das Date weiterführt. Und sie sagt dann, du glaubst etwa, wir könnten jetzt so schnell schon mit zu dir nach Hause oder du könntest mich so schnell schon mit dir nach Hause nehmen. Auch hier wieder mögliche Antwort, ja. Ja, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber ein Achselzucken und ein wie selbstverständlich erscheinendes Ja ist immer eine gute Möglichkeit, die du bringen kannst. An dieser Stelle kannst du natürlich auch sagen, ja klar, warum denn nicht? Wenn du versprichst, deine Finger bei dir zu lassen, dann nehme ich dich auch gern zu mir damit nach Hause, ja. Ja, der Klassiker geht zum Beispiel auch an der Stelle. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn Frauen andere Frauen ins Gespräch bringen, ja. Machst du das mit deinen anderen Frauen auch so? Oder du hast da bestimmt genug andere Frauen, mit denen du jetzt schon sofort Sex haben kannst und so weiter. Und auch hier mögliche Antwort, ja. In dem Fall empfehle ich, gerade wenn sie andere Frauen ins Gespräch bringen, sagst du, natürlich kann das sein, aber ich bin jetzt genau mit dir hier und verbringe gerne die Zeit mit dir und deswegen denke ich gar nicht an andere Frauen. Und das sollte auch tatsächlich der Fall sein, aber es ist prinzipiell auch eine gute Antwort, die du ihr bringen kannst, weil du ihr somit zeigst, klar kann es auch sein, dass ich andere Frauen in meinem Leben habe, aber ich habe mich mit dir jetzt verabredet und ich habe auch Lust, dich zu treffen, mit dir Zeit zu verbringen, dich besser kennenzulernen und deswegen sind meine Gedanken alle komplett bei dir. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dass die Frau den Spieß auch umdreht und andere Männer ins Spiel bringt, um dich sozusagen in Konkurrenz zu denen zu bringen. Wenn sie sagt, ach, ich war letztens noch mit einem Kumpel unterwegs und der hat mir einen tollen Kaffee bezahlt oder das Essen bezahlt oder wir waren unterwegs und dann hat er mich noch da und dahin gefahren und so weiter und so fort, ja. Um halt einfach zu testen, damit zeigt sie ja, ja, ich habe auch andere Männer am Start und guck mal, wie du darauf reagierst. Und auch hier kannst du natürlich nicht einfach nur achselzuckend Ja sagen, aber auch in dem Moment ist entscheidend, dass du ihr zeigst, dass dich das nicht beeindruckt. Was sie mit anderen Männern macht, ist ihre Sache. Ihr seid ja gerade erst in der Kennenlernphase, da hast du auch sowieso keine Besitzansprüche auf sie oder auf irgendetwas und deswegen auch an der Stelle, wo du sagst, ey, cooler Typ, das wird bestimmt mal ein guter Taxifahrer oder einfach nur, der Typ ist mir sympathisch, ich trinke auch gerne Kaffee und fertig, Thema Wechsel, ja. Also gar nicht lange daran aufhalten, bloß nicht zu lange auch den Typen zum Thema machen, sondern wieder zurück auf euch beide kommen. Und wenn du so eine Gelassenheit, so eine Ungerührtheit an den Tag legst, immer wenn eben so Fragen kommen, dann wirst du immer prinzipiell gut fahren. Und natürlich als Anfänger kann es schwierig sein, solche Dinge vielleicht zu erkennen, aber du wirst es immer dann merken, wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt kommt eine forsche Frage. Oh, jetzt darf ich es nicht vermasseln, sollte ich es nicht falsch machen. Genau das ist immer ein gutes Indiz dafür. Die Frau testet mich gerade und das ist gut, weil es ein Interessenssignal ihrerseits ist und dann mit einer Gelassenheit, mit einer Gewissheit einfach zu dem stehen, was du sowieso machen willst. Und auch wenn zum Beispiel sie mal eine andere Meinung hat, als du, dann auch bei deiner Meinung bleiben, ja. Solange du es immer respektvoll machst und nicht ihre Meinung abwertest, wird sie das auch dir hoch anrechnen und dich dafür respektieren. Und das ist das Mindeste, was du von ihr haben willst. So, wenn dir dieser Input gefallen hat, dann gerne gib mir einen Like und einen Kommentar. Wenn du auch mal vorankommen willst mit dem Frauenthema, du kommst noch nicht zu Dates, du brauchst erstmal auch Kontakte und du brauchst jemanden, der dir einen Arschtritt gibt oder der dir einfach auch Spaß vermittelt beim Kennenlernen von Frauen, dann ruf mich gerne an oder schreib mir eine Nachricht. Wir schauen uns deine Situation an und wie gesagt, ich verhelfe dir Spaß beim Frauen kennenlernen zu haben. Und wenn du auch wissen willst, wie andere Männer es machen, dann komm gern in die Up-to-Date-WhatsApp-Gruppe, und da tauschen wir uns unter Gleichgesinnten respektvoll aus. In diesem Sinne würde ich sagen, immer Up-to-Date bleiben.